Unser Flottenmanager Web Terminal ist die Digitalisierung und Visualisierung ihrer Prozesse in Automated Goods Transport und Goods to Person. Die Web-Oberfläche des Flottenmanagers ist aufgebaut mit verschiedenen Kacheln. Dazu sind wir dank der Web-Oberfläche betriebssystemunabhängig und laufen in verschiedensten Browsern. Zusätzlich ist die Oberfläche voll lokalisiert, das heißt Sie können online die Sprachen umschalten. So steht Ihnen aktuell neben der deutschen Spracheinstellung natürlich eine englische Spracheinstellung zur Verfügung. Neben der hellen Oberfläche bieten wir jetzt auch eine dunkle Oberfläche an, zur Schonung der Augen und zur Schonung der Bildschirme. Die verschiedenen Kacheln stellen verschiedene Systemzustände und verschiedene Systemvariablen dar. So haben wir beispielsweise eine Kachel für alle Systemeinstellungen. Hier können Sie den Logistikprozess starten und stoppen, die Fahrzeuge verwalten oder aber sich nähere Details und Meldungen zu den verschiedenen Prozessen anzeigen lassen. Zusätzlich steht Ihnen als Hauptbestandteil in der Mitte der volle Überblick über alle Logistikprozesse zur Verfügung. Wir visualisieren hier die Fahrwege unserer Fahrzeuge. Die Kacheldarstellung ist voll flexibel, so erlaubt es uns, Web-Anwendungen auf Ihren Endgeräten zu platzieren. Das können beispielsweise Endgeräte auf Smartphone-Größe oder Tablet-Größe darstellen. Im neuen Flottenmanager Web-Terminal steht Ihnen auch die Anbindung von Peripherie zur Verfügung. So visualisieren wir hier auch die Zustände der Peripherie, beispielsweise von Brandmeldeanlagen, Aufzügen oder Roboterzellen. Zu jedem der Fahrzeuge stehen uns weitreichende Fahrzeugdetails zur Verfügung, beispielsweise die gelaufenen Kilometer, Anzahl der Ladezyklen oder Anzahl der Hübe. Bei den Systemeinstellungen können Sie den kompletten Flottenmanager starten und stoppen, das Energiemanagement für alle Fahrzeuge parametrieren und starten und die Auftragszuteilung aktivieren bzw. parametrieren. Der Flottenmanager besitzt die Schnittstelle zum übergeordneten Warnleitzystem. Er überwacht alle Fahrzeuge, überwacht die Auftragszustände und visualisiert Ihren Logistikprozess.